Und da sind wir beim Spitzenspiel fast schon VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln. Doch. Jo, Änderung ist ein Namen, genau. Overall. Zwölfter Spielpark. Wir können die Tabellenführung festigen. Wenn wir hier gewinnen. Sieg, 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 Sieg. Unentschieden. Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg, Sieg. Sehr gute Bilanz. Doch heute wird es für den VfB Stuttgart ein M geben. N wie? Niederlage. Ach, der Urs. Und es geht mal wieder los. Zwölfter Spielpark. Oh ne. Sieg, Sieg. Oh. schon so aus das Ding dann eben, so aus das Ding dann eben. Boah, voll in die Massen, nein. Aber voll in die Massen, nein. Fuck, war abseits gewesen. Lauft, meine Laden. Lauft. Es gibt doch jeder, kommt nur rein. Scheiße, na, gibt es nicht. Oh, mitten in die Mauer geschrubbt, das Ding. Das sind ein paar Kunden, ey. Wir holen das Ding immer in die Massen, nein. Halt das Ding noch fest, ey. Klapp da das Ding ab, damit der nächste gleich russchucken kann, ey. Gibt es doch gar nicht. 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 Oh, oh. Gibt es doch gar nicht. Scheiße. Scheiße. Sip. Vielen Dank. Vielen Dank. Meisner war so heil wie das, gar nicht. Scheiß weg. Ja. 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 geht da steht kein schwein abgefälscht aber ich wechsle vorher mal aus hier ja er geht jetzt ruhig doch geh nach hause ja und der organe mal so schlecht müssen weiter nach rechts um das ja 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 1. Halbzeit 0-0 Das geht fest mir warm Nee Nein 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 Verdammt der Scheiße Das geht noch gar nicht Jo 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 Das ist kein Schwein getan Scheiße Fuck Wir haben auch noch kurz Keine Zeit Aber auch keine Anspielstation Fuck Konoski 1-0 Das könnte den entscheidenden Na fuck Das könnte das entscheidende Ding gewesen sein Ja Lille Brand Deine Schuld Ja Hat er keine Chance Podolsky Erst mit seinen 5. Saisonstreiber 2-0 2-0 3-0 3-0 4-0 4-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 6-0